so moin leute wie mein bros das main account ja heute zeige ich euch die neuen galeskin die darf ich euch schon zeigen und klatschgames und pookie war es glaube ich, die haben auch schon das wieder hochgeladen und es ihnen gezeigt da hier ist ein neues game von gale ja und können wir einmal in das spiel rein starten und ich zeige euch den skin mal genauer der sieht gut aus wie kann ich den so der sieht die op der skin ja also soweit neue skins wiederkommens habe ich euch nicht bescheid gemacht auch wieder sehen aber der ist auf jeden fall richtig ok also der snack ist ok ich schätze desto für 180 gems im top ja auf jeden fall das skin ist wirklich ok und den neuen brawler nani kann ich euch auch schon zeigen ähm ja hier sind neue brawler nani kann ich euch auch nochmal genauer zeigen also die skins also nani ist auch op und das kennt vor allem von gale sind wirklich gut schaden macht er auch schon mal endlich schaden macht er auch schon mal endlich schaden macht er auch schon mal Breaking nani ist auch wirklich ok so 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 Könnte ich mal die Skins bewerten, in der ich gehen? Also den Galeskin, ja 1 von 10, weil der ist wirklich so fehl, der ist echt gut, ja und Nani vom Aussehen her so 1 von 7 oder 7 von 10, ja und Ja, wir können noch mal ein bisschen Nani pushen Es ist wirklich ein Kupé Ja, wir können noch mal ein Kupé Was hat der denn gemacht? Ja, moin Ja, auf den Fall, das sind, ja, können wir mal den Skin von Gale Ja, das ist wirklich, das wird schon okay auch Das ist ein geiles Design eigentlich Ja, wir können noch mal ein Kupé Ja, wir können noch mal ein Kupé Ja, wir können noch mal ein Kupé Ja, wir können noch ein Board Ja, und ich wollte euch nur eigentlich den Skin und Nani zeigen, und ja, das war's auch schon eigentlich mit meinem Video Ja, ich hoffe es hat euch gefallen und lasst gerne ein Like und Abo da, ich würde mich freuen.